Wie lese ich ein Diamantzertifikat? In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie man eine Diamantexpertise von GIA liest und versteht. Aber der Reihe nach. Heutzutage kommen Diamanten in der Regel mit einem Zertifikat eines unabhängigen gemologischen Instituts. Ein solches Zertifikat ist eine Tatsachenfeststellung und Qualitätsbestimmung des Steins. Deswegen ist es wichtig zu wissen, wie man ein Diamantzertifikat liest, bevor man einen Diamanten oder einen Diamantring kauft. GIA, Gemological Institute of America, bzw. das Gemologische Institut von Amerika, ist eine Institution im internationalen Diamanthandel. GIA ist federführend in der Bewertung von Diamanten und Edelsteinen. In seiner traditionsreichen Geschichte seit 1931 hat GIA mehrfach Standards gesetzt, wie beispielsweise mit der Erfindung der berühmten 4Cs. Vertreten in über 13 Ländern und mit mehr als 3000 Mitarbeitern weltweit unterstützt die Arbeit von GIA den Verbraucherschutz in der Schmuckbranche. Mit der unabhängigen Zertifizierung sowie durch ständige Forschung, Entwicklung und Ausbildung von Fachleuten wird das Vertrauen von Edelsteinen und Schmuckliebhabern auf der ganzen Welt gestärkt. Gutachten von GIA gelten als Benchmark in der Schmuckbranche und sind weltweit anerkannt. So sieht ein GIA Diamantzertifikat aus. Als erstes steht das Datum in der linken oberen Ecke. Das Datum heißt nicht, dass der Diamant an diesem Tag gefunden wurde. Auch hat es nichts damit zu tun, wann der Diamant geschliffen und poliert worden ist. Stattdessen bestimmt das Datum den Zeitpunkt, an dem der Stein von Fachleuten im Labor geprüft und untersucht wurde. Ist das Datum überhaupt wichtig? Nun, Diamanten werden nicht schlecht mit fortschreitendem Alter. Aber wenn die Zertifizierung vor 2006 datiert, GIA hat im Jahr 2006 mit der Einführung neuer Maßstäbe geholfen, die Bewertung des Brillanzschliffs zu standardisieren, möchten Sie den Diamanten gegebenenfalls erneut prüfen lassen, gemäß den heutigen Standards, damit das Ergebnis zu 100% vergleichbar ist. Als nächstes steht unter dem Datum die GIA-Zertifikatsnummer. Es ist eine einmalige Nummer, die auf der GIA-Webseite verifiziert werden kann. Hier kann man dann auch eine digitale Version des Gutachtens im PDF-Format herunterladen. Dann gibt das Zertifikat die Form des Steines und dessen Maße an, beispielsweise ein runder Brillanzschliff, eine Herzform oder ein Smaragdschliff und so weiter. Die Maße sind wichtig für alle Schliffformen, weil sie das Erscheinungsbild des Diamanten maßgeblich mitbestimmen. Gemessen werden Länge und Breite mal Höhe. Im Fall des Brillanzschliffs sollten Länge und Breite nicht zu weit auseinander liegen, da sonst das Erscheinungsbild unförmig bzw. oval aussehen würde. Der mittlere Teil des Abschnitts beschreibt die 4C. Color, Clarity, Cut und Carat, also Farbe, Reinheit, Schliff und Karatgewicht. Wir haben separate Videos zu allen 4Cs, daher werden wir diese hier nur kurz zusammenfassen. Carat, Karatgewicht Das Gewicht eines Diamanten wird in Karat gemessen, aber das Gewicht ist nicht unbedingt identisch mit der Größe des Steins. Wenn ein Brillanz zu flach geschliffen ist, kann er zwar größer wirken, aber es macht ihn glanzlos und stumpf. Ist der Stein auf der anderen Seite zu tief geschliffen, dann wiegt er vielleicht ein Karat, aber wird klein erscheinen, da man Diamanten immer von oben betrachtet. Die meisten Einkaräter im Brillanzschliff mit einem sehr guten oder exzellenten Schliff haben einen Durchmesser von ca. 6,3 bis 6,6 mm. Allerdings gibt es auch Steine mit geringer Schliffqualität mit einem Durchmesser von nur 5,6 mm. Diese werden nicht perfekt geschliffen, um das Etikett eines Einkaräters zu behalten. Tatsächlich wäre der gleiche Diamant gut geschliffen wesentlich kleiner. Übrigens, ein Karat entspricht 0,2 g. Ein 5-karätiger Diamant wiegt entsprechend genau 1 g. Color Farbe Die Farbskala bei Diamanten reicht von D bis Z, also von komplett transparent bis zu einem hellen Gelb. Der eine mag warme Farben, der andere bevorzugt kalte Farben. Auch wenn Farbe häufig Geschmackssache ist, zeigt die Erfahrung, dass die Farbgrade D bis I als angenehm empfunden werden. Diamanten mit schwächeren Farbgraden, insbesondere mit hervorragendem Schliff, können auch sehr schön sein, denn das menschliche Auge nimmt zuerst das Funkeln und danach die Farbe wahr. Nichtsdestotrotz sind die schwächeren Farbgrade mit einem deutlich zu erkennenden Gelbstich eher etwas für Liebhaber derselben. Daher empfehlen wir nicht unter den Farbgrad I zu gehen. Clarity Reinheit Beim Thema Reinheit muss man vor allem eines wissen. Die Reinheitsgrade beziehen sich immer auf die 10-fach vergrößernde Lupe. Ein lupenreiner Brillant ist frei von Einschlüssen unter 10-facher Vergrößerung, aber nicht unbedingt bei 20-facher oder 60-facher Vergrößerung unter einem Mikroskop. Die Reinheitsgrade I1 bis I3 – I steht für included – beschreiben Diamanten mit Einschlüssen, die man ohne Lupe mit dem bloßen Auge erkennen kann. Einige SI2-Steine sind diesbezüglich grenzwertig, insbesondere bei größeren Diamanten. Fazit Mit dem bloßen Auge werden Sie keinen Unterschied in der Reinheit erkennen, von Lupenreihen bis VS2 Cut Schliff Der Schliff eines Diamanten ist das wichtigste der 4C. Es bestimmt das Lichtspiel innerhalb des Steines maßgeblich und hat einen direkten Einfluss auf die Schönheit des Brillanten. Daher empfehlen wir Diamanten mit sehr guter oder sogar exzellenter Schliffnote zu wählen. Manche gehen sogar über einen exzellenten Schliffgrad hinaus und wollen auch Politur und Symmetrie in der höchsten Güte. Wenn Schliff, Politur und Symmetrie jeweils mit Exzellent benotet werden, spricht man im Englischen auch vom sogenannten Triple X, also dreimal Exzellent. Ein Diamant muss nicht exzellent geschliffen sein, um atemberaubend schön zu sein. Aber die unabhängige Bewertung gibt Ihnen die Bestätigung, dass durch die perfekte Schliffausführung das Lichtspiel innerhalb des Brillanten maximiert ist. Es gibt nichts mehr zu verbessern. Eine wichtige Randnotiz an dieser Stelle. Es gibt immer wieder neue Theorien, wie man einen exzellent geschliffenen Diamanten noch perfekter macht. Einige behaupten, eine besondere Kombination von Proportionen und Winkelmaßen würde mehr Funkeln erzeugen. Andere glauben an das sogenannte Hearts and Error, zu deutsch Herz- und Pfeilmuster. Dieses Muster ist allerdings nicht anerkannt von GIA, da es sich nur auf die Symmetrie und nicht auf den Schliff als Ganzes bezieht. Wieder andere glauben an die Mitte der exzellenten Schliffparameter. Wenn beispielsweise der Durchmesser der meisten Einkarräter zwischen 6,3 und 6,6 Millimetern liegt, dann muss 6,45 Millimeter, die Mitte, das bessere perfekt sein. Nun, diese vereinfachte Sicht der Dinge ist falsch aus mehreren Gründen. Einer ist, dass sich die Schliffnote aus vielen unterschiedlichen Faktoren zusammensetzt und nicht auf ein Kriterium reduziert werden kann. Ein weiterer wäre, dass wenn man an den Punkt gelangt, dass das menschliche Auge keinen Unterschied feststellen kann und auch signifikante Abweichungen nicht mehr gemessen werden können, macht es Sinn, mit Bereichen anstelle von fixen Werten zu arbeiten. Aber eines trifft zu auf jede dieser vereinfachenden Ideen. Wenn eine dieser Theorien für den super ideal perfekten Diamanten tatsächlich gemmologisch relevant wäre, dann würde das weltweit führende gemmologische Institut mit all seinen Ressourcen, Möglichkeiten und der Erfahrung von Jahrzehnten davon wissen. Es gibt einen Grund, warum Juweliere, Verbraucher und international renommierte Auktionshäuser der Expertise von GIA ihr Vertrauen schenken. Wenn der Schliff eines Diamanten mit einem GIA-Zertifikat als exzellent benotet wurde, dann gibt es nichts mehr zu verbessern. Politur und Symmetrie Die Politur beschreibt alle äußerlichen Merkmale des Diamanten, wie beispielsweise Politurstreifen oder Naturals. Symmetrie auf der anderen Seite bezieht sich auf die richtige Anordnung der Facetten und auf die Struktur des Steins. Fluoreszenz in drei Sätzen Fluoreszenz ist ein optisches Phänomen, das Diamanten unter UV-Strahlung in der Regel blau aufleuchten lässt. Ungefähr 25 bis 35 Prozent aller Diamanten zeigen einen unterschiedlich starken Grad von Fluoreszenz. Wichtig dabei? Aus gemmologischer Sicht ist Fluoreszenz bei Diamanten kein Qualitätsmerkmal, sondern ein Identifikationsmerkmal. Als solches ist es einfach ein weiterer Parameter, um den Stein zu beschreiben. Bitte beachten Sie, an der Diamantbörse werden stark und sehr stark fluoreszierende Diamanten mit Rabatt gehandelt und günstiger angeboten. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Video speziell über Fluoreszenz. Als nächstes kommt die Lasergravur. An dieser Stelle wird im Zertifikat festgehalten, ob der Diamant eine Lasergravur hat und was genau graviert ist. Normalerweise trägt ein Brillant eine Lasergravur mit der Zertifikatsnummer auf der Rundiste, so dass der Stein jederzeit dem Zertifikat zugeordnet werden kann. Das ist sehr nützlich, wenn beispielsweise der Diamant in einen Ring gefasst wird und man im Nachgang mit einer handelsüblichen 10-fach vergrößernden Lupe prüfen kann, dass auch der richtige Diamant gefasst worden ist. Es gibt keinen Grund, die Lasergravur nicht zu zeigen. Zu guter Letzt sind in diesem Abschnitt des Gutachtens die Kommentare vermerkt. Hier werden alle Informationen festgehalten, die nicht von den Standardparametern abgedeckt sind. Hat ein GIA-Zertifikat Kommentare, dann sind diese meist vernachlässigbar, wie beispielsweise Additional Pinpoints are not shown oder Minor Details of Polish are not shown. Auf Deutsch zusätzliche kleine punktähnliche Einschlüsse werden nicht gezeigt und geringfügige Schleipspuren werden nicht gezeigt. Das bedeutet einfach, dass diese Merkmale existieren, aber keinen Einfluss auf die Reinheitsnote haben und somit nicht in der Skizze eingezeichnet sind. Auch wenn sie irrelevant Diamant für den Reinheitsgrad sind, werden diese Merkmale der guten Ordnung halber notiert. Kommentare können allerdings auch sehr wichtige Informationen beinhalten, wie z.B. ob der Stein behandelt wurde oder nicht. Diamanten können nämlich künstlich in Farbe oder Reinheit verbessert werden. Diese Information ist immens wichtig, da behandelte Diamanten wesentlich günstiger verkauft werden. Auch wenn diese künstlichen Eigenschaftsverbesserungen bei Diamanten eher selten sind, sind sie ein gutes Beispiel, wie GIA den Verbraucherschutz in der Schmuckbranche unterstützt. Im zweiten Abschnitt des Zertifikats werden die Proportionen des Diamanten im Einzelnen festgehalten. Tafelgröße in Prozent, Ober- und Unterteilwinkel, ob der Brillant eine Kalette hat und so weiter. Zwei Aspekte sind hierbei zu beachten. Tafelgröße und Rundiste. Es ist nicht so wichtig, ob die Rundiste dünn bis mittel oder dick ist, aber sie sollte nicht zu wellig sein, also von extrem dünn bis extrem dick z.B. Generell hält eine sehr dicke Rundiste Gewicht im unteren Teil des Diamanten, einfach um eine gewünschte Karatgröße zu behalten. Die Tafelgröße ist eine Nuance, die man als eine Balance von Brillanz und Feuer sehen kann. Umso größer die Tafel, desto mehr Licht wird als Brillanz zurückgeworfen. Umso kleiner die Tafel, desto mehr Licht wird in die Spektralfarben gespalten und erscheint als buntes Feuer. In Geschmacksfragen gibt es weder richtig noch falsch. Trotzdem zeigt die Erfahrung, dass Tafelgrößen zwischen 56 und 61% meistens als angenehm empfunden werden. Als nächstes kommt die Skizze mit den Reinheitsmerkmalen. Die linke Seite zeigt die Ansicht von oben, auf der rechten Seite sieht man den Diamanten von unten. Innere Merkmale werden in rot, äußere Merkmale in grün eingezeichnet. Die Skizze ist als eine übersichtliche Orientierungshilfe zu verstehen, auf der die Symbole die Position, Art und Größe der Reinheitsmerkmale des Steins anzeigen. Es ist keine bildliche Zeichnung des Diamanten und kann nicht die Gewichtung der Merkmale wiedergeben. Zwei Beispiele, I2 und SI2. Die Skizze des besseren Reinheitsgrades SI2 zeigt eine Vielzahl von verschiedenen inneren Merkmalen, während bei der schwächeren Reinheitsnote I2 nur drei Symbole eingezeichnet sind. Der Unterschied wird allerdings sofort klar, wenn Sie sehen, wie prominent die Einschlüsse sind. Die Skizze hilft den Diamanten zu identifizieren, indem sie ähnlich wie eine Karte über Art und Position der Einschlüsse informiert, aber sie kann nicht den Charakter des Steines wiedergeben. Als Charakter bezeichnet man das Erscheinungsbild insgesamt, den Mix aus weißen und schwarzen Einschlüssen, deren Position und Schweregrad. Dieser ist zusammengefasst in der Reinheitsnote, die klar definierte Bereiche hat, um die Beschreibung des Diamanten so genau wie möglich zu machen. Ein GIA-Zertifikat gibt es in unterschiedlicher Ausführung. Einmal als Diamond Grading Report mit der Reinheitsskizze oder in einem etwas kompakteren Format als Diamond Dossier ohne die Skizze. Zu guter Letzt finden Sie auf der rechten Seite im dritten Abschnitt des Zertifikats die Bewertungsskalen. Anhand dieser lassen sich die festgestellten Qualitäten sehr gut einordnen. Wissen ist Macht und nun haben Sie ein bisschen mehr davon. Der informierte Kunde trifft die bessere Kaufentscheidung. Und das können Sie jetzt auch. Wenn Sie das Video hilfreich fanden, geben Sie uns einen Daumen nach oben und abonnieren Sie unseren Kanal. So verpassen Sie keine Neuigkeiten aus der Welt der Diamanten.